Nachdenkseiten. Die kritische Website. Bundesregierung. Passentzug bei Teilnahme an ausländischen Veranstaltungen, die im Widerspruch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Von Florian Warwick. Die regierende Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen hat im Juni, bisher medial unbeachtet, einen Entschließungsantrag mit dem bezeichnenden Titel Passversagung bei Teilnahme an ausländischen Veranstaltungen, deren Inhalte im Widerspruch zu den Grundsätzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes stehen, eingereicht. Die Jahre der Corona-Maßnahmen, so wie die beschlossenen rechtlichen Sanktionen in Bezug auf Äußerungen zum Ukraine-Krieg, haben gezeigt, wie schnell ein Widerspruch zu den Grundsätzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung konstruiert und wie schnell man zum Extremisten erklärt werden kann. Bei diesem Vorhaben sollten über alle Parteigrenzen hinweg die Alarmglocken läuten. Der Antrag, Drucksache 20-4259, ist am 7. Juni 2023 von der Ampelkoalition zur ersten Lesung in den Innenausschuss des Bundestages eingebracht worden. Begründet wird der Entschließungsantrag damit, dass man besser verhindern wolle, dass deutsche Staatsangehörige an rechtsextremistischen Veranstaltungen im Ausland teilnehmen können. Als Beispiel wird auf Kampfveranstaltungen verwiesen, deren Ziel es war, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Kampftechniken beizubringen, um diese im Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sowie gegenüber Personen mit anderen Meinungen einsetzen zu können. Eine Maßnahme nur gegen Rechtsradikale? Doch gegen die bisherig erfolgten Ausreiseunter- und Passversagungen auf Basis der § 7, 10 Passgesetz durch die zuständigen Behörden seien einige der betroffenen Personen mit Erfolg gerichtlich vorgegangen. Die Verwaltungsgerichte entschieden im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes oftmals, dass die jeweiligen Ausreise- und Passversagungen voraussichtlich rechtswidrig waren. Dazu heißt es dann weiter Zitat Der Antrag, das sei kurz zur Kontextualisierung erwähnt, bezieht sich auf das Gesetzesvorhaben Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Pass-, des Ausweis- und des ausländerrechtlichen Dokumentenwesens, welches sich derzeit noch im Prozess der Anhörung im Bundestag befindet. Der erwähnte § 7 Passgesetz Absatz 1 lautet in seiner bisherigen Form Wie bei allen Anträgen ist der bisher zitierte Begründungs- und Erwähnen, dass vom angeblichen Fokus auf Rechtsextremismus mit keinem Wort mehr die Rede ist. Zitat Vor diesem Hintergrund fordert der Ausschluss für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages die Bundesregierung auf, Erstens darauf hinzuwirken, die Passverwaltungsvorschrift insofern zu konkretisieren, als dass bei einer beabsichtigten Teilnahme an extremistischen Veranstaltungen im Ausland, die inhaltlich im Widerspruch zu den Grundsätzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes stehen, eine Gefährdung des internationalen Ansehens der Bundesrepublik Deutschland und somit eines sonstigen erheblichen Belangs der Bundesrepublik Deutschland im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 1 VIII Passg anzunehmen ist und zweitens darauf hinzuwirken, dass der Informationsfluss von den Sicherheitsbehörden zu den Passbehörden verbessert wird, so dass bei der Entscheidung über eine Passversagung den Passbehörden eine hinreichende Tatsachengrundlage vorliegt, um eine gerichtsfeste Passversagung vornehmen zu können. Zitat Ende Es geht hier offensichtlich nicht um ein paar Neonazis vom Dritten Weg, die sich, zudem höchstwahrscheinlich vom Verfassungsschutz unterwandert, in der Ukraine vom rechtsradikalen Asov-Bataillon ausbilden lassen, um dann gegen Putins Neo-Bolschewiken zu kämpfen. Nach bisher allen bekannten Äußerungen der Bundesregierung werden diese Gruppierung und deren militärisches Engagement für die Ukraine nicht als Gefährdung des internationalen Ansehens der Bundesrepublik Deutschland gewertet. Ebenso wenig wird sich diese Passage auf das Auftreten der amtierenden Außenministerin im globalen Süden beziehen, obwohl es durchaus entsprechende Indizien gibt. Man ist vielmehr geneigt, sich in diesem Zusammenhang des Passentzugs an die Maßnahmen und Argumente zu erinnern, mit denen höchst offiziell versucht wurde, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit in Zeiten der Corona-Krise auszuhebeln, oft erfolgreich. Jetzt stelle man sich zugegebenermaßen kontrafaktisch vor, Das Organisationsteam der zweiten Großdemo gegen die Corona-Maßnahmen hätte aus diversen und nachvollziehbaren Gründen entschieden, sich außerhalb der Bundesrepublik zu einem Planungstreffen im europäischen Nicht-EU-Ausland, etwa in Norwegen oder der Schweiz, zusammenzufinden und die überarbeitete Passverwaltungsvorschrift wäre schon anwendbar gewesen. Oder ganz aktuell, eine Gruppe von deutschen Friedensaktivisten würde die Teilnahme an einem Treffen in Moskau zum Ukraine-Krieg planen. Maximal böswillige Anwendung Dagmar Hennen verweist in einem verlinkten Beitrag zu der von der Regierungskoalition geplanten Änderung der Passverwaltungsvorschrift völlig zu Recht darauf, dass man ein Gesetz oder Verwaltungsverfahren, insbesondere ein Gedenk der jüngeren deutschen Geschichte, immer unter der Möglichkeit der maximal böswilligen Andeutung beurteilen sollte. Zitat Zitat Ende Es sei der Beurteilung des Lesers und dessen Erfahrungswerten in den letzten drei Jahren überlassen, wie hoch er das Gefahrenpotenzial dieser Regierungsinitiative einschätzt. Schreiben Sie uns gerne an leserbriefe-at-nachdenkseiten.de Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.